hallo und herzlich willkommen bei RetoCampo. Ich bin heute wieder auf die Eingrachtung Ticket und heute möchte ich noch spielen Omnom One. Viel Spaß! ok und da sind wir auch schon bei Omnom One Ja, auswählen kann ich den nehmen. Für einen Lauf, wenn ich mir ein Video anschaue, ok. Ich habe kein Geld. Eigentlich habe ich das ganze schon mal gespielt. Aber irgendwie gibt es das nicht mehr, was ich gespielt habe. 490.000 290.000 390.000 290.000 oder 25.000, 75.000, 50.000, 35.000 super nom, das ist LIL, nicht LIL, ok, super nom, wie nehm dich wieder so ähnlich wie Cityserver, ne wie heißt das Cityserver, Cityslider, keine ahnung wie das hier ist immer mit der Cityslider hüpfeln ups, ich wollte hüpfen ja, ich dachte eigentlich, man könnte das mit Tastatur spielen, aber irgendwie, hm, doch nicht ok, und das sind wir wieder war gerade eine Bewerbung gewesen ich glaube, die kommt immer nach jeder Runde oh 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 das gibt sie ne ok kostet alles was oh da kriegst ne Hose, oder? eh, Hose ist teuer, muss nackig bleiben sehr gut ich habe 580 aufwerten kann ich dir nicht und den kann ich auch nicht aufwerten dann gleich zur nächsten runde schaffe 500 meter es geht doch mit der struktur ich bin erst ruhig und dann wollte ich springen passt natürlich nicht und später gibt es da noch so ein modus da kann gegeneinander spielen was ist los spiel möchte nicht mehr muss gegeneinander ist auch ganz witzig da spielst du mit 40 oder 20 anderen leuten keine ahnung und da spielt man gegeneinander gleichzeitig habe ich damals einmal glaube ich gewonnen war das ja nur einmal öfters gespielt aber nur einmal gewonnen ach genau das ist es mit 100 leuten ich bin ja doof top 50 also sind 50 leute vor mir gestorben da schon wieder menschen muss das doch zehn minuten spiel das geht nicht jetzt mal wieder ausgeht ah also immer bin ich sterben bin ich raus geschmissen aus dem spiel Mach Stunts. Also ich darf nicht mal stehren. Rechts. Oh, sieg hier. Eieieiei so jetzt ist das spiel abgestürzt damit wir probieren das ticket auch für sohn ich sag aber bis gleich okay ich habe das hier geholt dann sag ich mal dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr nächstes mal mehr seid bis dahin wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen